Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 1946. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die Baustelle ist geräumt. Alles ist sauber. Wir haben Feierabend. Die Baustelle ist geräumt. Alles ist sauber. Wir haben Feierabend. Die Baustelle ist geräumt. Alles ist sauber. Wir haben Feierabend. Ich weiß das alles schon. Das ist nicht neu für mich. Ich weiß das alles schon. Das ist nicht neu für mich. Ich war so müde, dass ich vor dem Computer eingeschlafen bin. Ich war so müde, dass ich vor dem Computer eingeschlafen bin. Ich war so müde, dass ich vor dem Computer eingeschlafen bin. Es tut mir leid, dass der Wert der Investition so stark gefallen ist. Damit hätte niemand rechnen können. Es tut mir leid, dass der Wert der Investition so stark gefallen ist. Es tut mir leid, dass der Wert der Investition so stark gefallen ist. Damit hätte niemand rechnen können. Ich bringe die leeren Flaschen zum Pfandautomaten. Die höheren Heizkosten kann ich mir nicht leisten. Ich muss erst eine Recherche durchführen, bevor ich die Daten in die Tabelle eintragen kann. Ein Stück Melone bietet an heißen Tagen die perfekte Erfrischung. Ein Stück Melone bietet an heißen Tagen die perfekte Erfrischung. Julia hat mir einen interessanten Link geschickt. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Mit dem erhaltenen Geld bin ich voll und ganz zufrieden. Für heute ist Schluss mit dem Lesen von Büchern. Für heute ist Schluss mit dem Lesen von Büchern. Jetzt beginnt meine Freizeit und ich treffe mich mit meinen Freunden. Die meisten Reparaturen an meinem Motorrad kann ich selbst durchführen. Die meisten Reparaturen an meinem Motorrad kann ich selbst durchführen. Nur bei der Elektronik brauche ich Hilfe. Wenn du dir ein Auge zuhältst, wirst du nicht die ganze Schönheit der Welt sehen. Wenn du dir ein Auge zuhältst, wirst du nicht die ganze Schönheit der Welt sehen. Ich habe es geschafft, meine Leistung um mehr als eine Sekunde zu verbessern. Ich habe es geschafft, meine Leistung um mehr als eine Sekunde zu verbessern. Wenn ich länger darüber nachdenke, dann wird mir schon etwas dazu einfallen. Wenn ich länger darüber nachdenke, dann wird mir schon etwas dazu einfallen. Nach dem Mittagessen helfe ich meinen Kindern bei den Hausaufgaben. Nach dem Mittagessen helfe ich meinen Kindern bei den Hausaufgaben. Zum 5. Geburtstag gab es viele Geschenke und 5 Luftballons. Zum 5. Geburtstag gab es viele Geschenke und 5 Luftballons. Zum 5. Geburtstag gab es viele Geschenke und 5 Luftballons. Ich leite eine Kfz-Werkstatt und habe keine Angst davor, mir die Hände schmutzig zu machen. Wer kommt da um die Ecke? Das Betreten der Baustelle ist strengstens verboten. Überstunden im Büro zu machen, erschöpft mich. Überstunden im Büro zu machen, erschöpft mich. Überstunden im Büro zu machen, erschöpft mich. Jeden Tag gibt es mehr Arbeit. Es tut mir wirklich leid. Ich habe das total vergessen. Warum hast du mich nicht daran erinnert? Es tut mir wirklich leid. Ich habe das total vergessen. Warum hast du mich nicht daran erinnert? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Also, das war alles gut. Ich habe das lange nicht. Untertitelung des ZDF, 2020